Gruppen für die HKM in Warendorf ausgelost. Zwischen den Festtagen rollt auch in Warendorf wieder der Ball in der Halle. Für die Hallenkreismeisterschaften in der Bundeswehrsportschule trifft sich wie jedes Jahr das Hueshu des Altkreises Warendorf, um den neuen Hallenkönig zu ermitteln. Spannung verspricht dabei vor allem die Gruppe A, in der Vorjahressieger Vorfeld Sassenberg auf den Lokalrivalen SC Füchdorf trifft. Ausrichter Tuss Freckenhorst hingegen trifft in der schweren Gruppe B unter anderem auf Bezirksligist Telgte. Das Turnier startet am 27. Dezember. Am Finaltag, den 30. Dezember, werden wieder über 1000 Zuschauer erwartet. Burg Steinfurt übernimmt Tabellenspitze Am Totensonntag ruhte in der Bezirksliga 12 zwar der Ball, doch am Samstag standen dafür drei Nachholspieler auf dem Programm. Dabei verdrängte der SV Burg Steinfurt Emstetten 05 von der Tabellenspitze. Die Elf von Trainer Dirk Bildbrun bezwang Gastgeber Borussia Emstetten durch Tore von Nico Schmerling und Lars Kormann mit 2 zu 0. Auf Rang 4 schob sich vorwärts Wettringen. Die Wettringer führten Aufsteiger Germania Horstmar mit 7 zu 0 vor. Dabei erzielte Vorwärts-Torjäger Lukas Görs seine Saisontreffer Nummer 11 und 12. Die Tabellennachbarn Amisia Reine und Westfalia Kinderhaus trennten sich 2 zu 2 unentschieden. Es war bereits das 8. Remis der Münsteraner in der laufenden Serie. Ja und heute Abend wird die Tabelle weiter begradigt. Um 19.30 Uhr holen Borussia Emstetten und Wacker Mecklenbeck ihr ausgefallenes Spiel im Emstettener Walter-Stein-Kühler-Stadion nach. Kurios für diese Partie, das Spiel war ausgefallen, weil der Schiedsrichter nicht erschienen war. Center TV zeigt eine Zusammenfassung der Partie in der morgigen Sportsendung. Einen aktuellen Spielbericht finden Sie heute Abend schon auf heimspiel-online.de .